Wir gehen hier zum Track-Guide, zum Track-Info hier im Basel-Wohner zur Rallye-Kausstrecke. So, wir haben gerade Kurve 1 gesehen, dann geht es hier auch direkt rein in Kurve 2, eine lange, lange Linkskurve, dann geht es hier Kurve 3 rein, direkt auf Schotter und in Kurve 4, hier kann man schon die Handbremse ziehen. Ja, und dann geht es eben hier ein bisschen um Schotter, eben dann hier wieder die nächste Harnadel haben, mit Handbremse geht es da durch. Wir sehen, unser Safety-Car, ja gut, hat zwar eine Handbremse, aber jetzt nicht so schnell, den ersten Gang, man sieht es ja auch, beschleunigt jetzt erst richtig raus. Dann hier geht es weiter, ja, kann man eigentlich alles recht schön fahren. Dann kommen wir zur Stelle, wo das Safety-Car aufpassen muss, und zwar hier, mit dem Auto-Chopter drüber, hier sieht man auch ein bisschen, hebt er schon ab, aber bleibt am Boden. Dann geht es hier wieder rein, auch was wir jetzt kennen ja ein bisschen, sondern dann hier, gerade auswählte die Joker, dann lebt auch einmal drumherum und hier eben. Dann ist die normale Runde und dann sind wir wieder fertig, eine Runde hier aus Barcelona.